hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video leute heute spielen wir mal eine runde wie versprochen auf den multilep server auf 1x12 bei paladins ein bett gieße zerstört ok 2. Spitzau Boah, nix Leute, Leute, ich kann heute irgendwie um 20 Uhr bin ich fast mitschen. Was ist das? Drittes Versuch Ja, alles klar, Block Das Bett von Team Schwarz, komm, holen wir Block Nein Nicht gesehen, okay Doch nicht Block Das ist das Dumm Ich hab kein Auto-Jump An Oh ne, Leute Windows 10 Alles klar Nee Pfff Der hat sich selbst gejagt Ja Ich heiße mir das 10-Spiel Team Voice Camp Und Was jetzt? Oh ne. Was macht der Junge, nein. Oh mein Gott. Gut, dann muss man sagen, GG, ja und sein TNT, wie hat es so viel TNT eigentlich? Ja, da ist der Schaseck. Alles klar? Ja. Okay, dann bennt ich hier das Video. Wenn es euch gefallen, einen Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren auch nicht vergessen. Ist wichtig, damit ihr mich unterstützt. Teilen mit euren Freunden, damit die sehen, was ich für Scheiße baue. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, 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 bye. Ciao. 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 Ciao.